Ich zeige euch nicht so viel, aber... Entschuldigung, ich habe schon einen sitzen. Ich habe mir einen neuen Monitor gekauft. Okay, alles klar. Das ist hier der Lieferumfang. Netzteil, Fußteil. Denn das Ding, das ist auch irgendwie... Kommt hier rein. Und was besonders geil ist. Ein HDMI-Kabel und so wie es aussieht, ein Displayport-Kabel. Was auf jeden Fall geil ist. Ich hatte echt keinen Bock, noch extra 20€ oder so auszugeben. Gut, 10€ für so ein extra Kabel dann. Ich verlinke euch den Monitor, weil ich schon wieder vergessen habe, wie der heißt. Ich verlinke euch den Amazon-Link in der Videobeschreibung. Aber passt da ein bisschen auf, weil ich habe 243€ dafür bezahlt. Und einen Tag später, und heute glaube ich auch noch, letzter Stand, steht der Monitor wieder auf 300€. Also lieber ein paar Tage warten und dann 60€ sparen. Weil wenn es einmal im Angebot war, kommt es auch wieder im Angebot für 240€. Scheiß Schrauben oder Scheiß Gewinde. Scheiß Schrauben oder Scheiß Gewinde. Nee, es gefällt mir nicht. Da braucht man zu viel Kraft. Gut. Ich hatte noch nie Displayport. Das HDMI. Theoretisch kann ich an meine Grafikkarte drei Monitore anschließen. Aber, seht ihr wahrscheinlich gleich. Es wird ein bisschen knapp mit dem Platz. Du kommst da hin. Gut. Okay. Ich hatte doch ein bisschen Schiss und habe jetzt die Anleitung gelesen. Man muss ihn halt aufs Gesicht legen und dann ordentlich reindrücken, den Standfuß. Und zum rausnehmen, einfach wieder ziehen. Der hat zwei HDMI-Anschlüsse. HDMI 1 läuft wohl 4K, aber nur auf 30Hz. HDMI 2, dafür auf 60Hz. Und Displayport nehme ich ja sowieso. Und der hat auch 60Hz Unterstützung von daher. Das Modell hier gibt es, glaube ich, schon, so wie ich es verstanden habe, seit, naja, nicht ganz zehn Jahren. Aber, weil sich so viele Leute beschwert haben, dass es keine Wandhalterung gibt, ist hier jetzt in den neueren Versionen das Weser-Ding vorgebohrt. Weiß ich nicht. Vielleicht nur, dass ihr darauf achtet, falls ihr sowas gebraucht bei Ebay kauft. Den Unterschied zu 22 Zoll links und 28 Zoll neu hätte ich mir ehrlich gesagt größer vorgestellt. Weil ich hatte immer Angst, dass alles über 22 Zoll zu groß ist. Aber der wirkt gar nicht so groß, oder? Für 28 Zoll. Der Unterschied von 22 Zoll auf 3 auf 28 Zoll ist doch ein bisschen kleiner, als ich eigentlich dachte. Also die Auflösung ist viel, viel, viel geiler. Allerdings waren meine Erwartungen doch ein bisschen höher bei 4K. Also, ohne Scheiß, ich habe noch nie so ein scharfes Bild gesehen. Aber...